Musik Romina und Peter vom Podcast Steinbock und Ratten stehen heute vor dem wohl berühmtesten Mettmerstädter. Das hier ist das Denkmal von Hans-Rudi Müller. Er hat 1956 als einziger Mettmerstädter an einer Fussball-Weltmeisterschaft teilgenommen. Und zwar als elften Feldspieler. Was machst du jetzt mit dem FC Mettmerstädter-Fanplakat? Wirst du Mettmerstädter nicht dabei? Es sind doch nur Länder dabei. Als teilgenommen. Und zwar als elften Feldspieler. Aber auch Italien hat doch frühzeitig die Spiele boykottiert. Aber die Schweiz ist dabei, oder? Die Schweizer sind dabei. Leider hat FIFA aber dort wegen dem Mettmerstädter erst in Andorra gemerkt, dass es nur 10 Feldspieler sind. Ja, und die Schweiz hat sich mit einem riesengroßen Knall für die WM in Katar qualifiziert. Wie gesagt, mit einem riesengroßen Knall hat sich die Schweiz gegen... Sie haben sich mit einem 4 zu 0 gegen... Zoyliant! Nicht Zoyliant! Warum nicht? Nein, gegen Bulgarien als Gruppenseiger behauptet. Und haben grosse Fussball-Nationen hinter sich gelassen. Die WM ist aber nicht unumstritten. So hat man wegen der heissen Temperaturen in Katar die WM müssen auf den Winter, auf die Vorweihnachtszeit verschieben. So fährt die WM jetzt diesen Sonntag an und hört erst am 18. Dezember, also am 4. Adventsonntag auf. Also wenn wir quasi den Christbaum dekorieren, wird in Katar der Kampf um den Fussball-Weltmeister entschieden. Aber auch verschiedene Menschenrechte werden in Katar beschnitten. So dürfen wir in der Stadion... Man darf in der Stadion kein Bier trinken. Aber auch die Frauenrechte kommen zu kurz. Und die LGBTQ-Bewegung ist in Katar verboten. Gay Pride! Gay Pride! Wir drücken der Schweizer Nationalmannschaft aber beide Daumen, dass sie gewinnen. Selbstverständlich. Übrigens wissen wir aus unsicherer Quelle mit 100%iger Sicherheit, dass sich Mettmerstetten als Austragungsort von einer der nächsten Fussball-WM's bewerben wird. Viel Glück, Mettmerstetten! Äh, ja. Können wir jetzt gehen? Nein, vier da bitte. Du feierst, du feierst, du feierst noch? Ich feier noch ein bisschen. Ich gehe. Tschau Romina, tschau. Tschüss. Tschau. Ruedi, Müller. Hopp, schweiz, hopp, schweiz, hopp, schweiz, hopp, schweiz. Tschau, schweiz. inkling Bis zum nächsten Mal.